Herr Ritsch, für viel Unmut oder für viel Aufregung sorgt momentan die Diskussion um das Club-Lokal des ehemaligen Bundesliga-Vereins Casino Schwarz-Weiß-Bregens. Warum sind Sie denn so vehement gegen diesen Vergleich? Ich darf vielleicht damit beginnen, dass sich offensichtlich hier ÖVP-Freunde gemeinsam etwas richten. Angefangen von der Sparkasse, vom Direktor, der über vier Jahre lang den Kredit nicht fällig stellt. Das ist mal das Erste. Weil nicht die Stadt hat einen Kredit, sondern diese vier Bürgen haben bei der Sparkasse gebürgt, dass sie das Geld aufbringen. Und die Sparkasse hätte vor vier Jahren schon klagen sollen, hat das nicht gemacht. Jeder andere, der einen Kredit nicht bedient, wird geklagt. Jeder Familienvater, jeder, der eine Wohnung gekauft hat, wenn er nicht mehr zahlen kann, wird er geklagt. Diese vier namhaften Herren wurden von der Sparkasse, vom Herrn Direktor Mendel, nicht geklagt. Das ist die erste Geschichte, die mich stört, weil ich mir denke, wieso hat man nicht geklagt? Das Zweite ist, dass man jetzt einen schwindeligen Deal sucht und diesen vier honorigen Herren von Seiten des Steuerzahles jetzt noch Geld gibt. Nämlich 280.000 Euro. Und das Dritte, das mich stört, ist, dass so Zettel vorgelegt werden. Diese eides-staatliche Erklärung ist ja nichts anderes wie ein Blatt Papier, wo die vier Herren sagen, wir sind mittellos. Und erklären das Eides-Stadt. Unterschreiben das. Da könnte ja jeder herkommen und sagen, ich habe kein Geld, ich unterschreibe, ich bin mittellos. Bitte, liebe Stadt, übernimm du meinen Kredit. Jetzt argumentiert vor allem Bürgermeister Lenhardt damit, dass natürlich die Lösung nicht befriedigend ist. Aber es einfach im Sinne der Stadt ist, jetzt lieber diesen Vergleich zu schließen, als unter Umständen am Ende eines langwierigen Prozesses dann unter Umständen mehr als das Doppelte bezahlen zu müssen. Können Sie dem auch nichts abgewinnen? Dann schauen Sie, den Prozess muss ja nicht die Stadt führen, sondern den Prozess muss die Sparkasse führen. Und alle Juristen, die wir befragt haben, und wir hatten ja alle die Möglichkeit, Juristen zur Seite zu ziehen, und unser Jurist hat gesagt, die vier Herren müssen öffentlich nachweisen, dass sie einen Privatkonkurs haben. Erst dann käme diese Bürgschaft der Stadt zum Tragen. Und jetzt traue ich mich mal zu behaupten, dass ein Herr Aldo Ammann, ein Herr Dr. Oppmer-Simmer keinen Privatkonkurs öffentlich anmelden werden. Und schon gar nicht, wenn man weiß, dass sie Beteiligungen haben, dass sie bei Firmen beteiligt sind, dass sie alle in tollen Autos herumfahren, dass sie Häuser und Wohnungen haben. Na, was soll denn das Ganze? In Zeiten der Wirtschaftskrise Menschen so zu behandeln, ich empfinde das als Hohn von der ÖVP, so zu argumentieren. Und jetzt noch einen Ausweg suchen für diese Sauerei. Und es ist eine Sauerei, nichts anderes. Der Bürgermeister hat mir heute Vormittag im Interview auch erklärt, dass es bereits 2002 in der Stadtvertretung eine Diskussion gegeben hat über einen Kauf, über eine Übernahme dieses Klubheims durch die Stadt. Damals hätten sie dafür gestimmt, jetzt, wo es um einen weit geringeren Betrag geht, sind sie dagegen. Einmal mehr erzählt der Bürgermeister die Unwahrheit. Fakt ist, dass damals im Stadtrat uns Stadträten gesagt wurde, wir müssen das Klubheim übernehmen, weil es gehört uns das Stadion. Und es wäre doch gut, dass das Klubheim auch uns gehört, weil wenn der Verein in Konkurs gehen könnte, dann haben wir ein Problem. Und ich habe damals gesagt, wir müssen Schwarz-Weiß unterstützen. Natürlich, wir sind immer zu Schwarz-Weiß-Brenz gestanden. Und im Stadtrat war es dann so, dass ich dafür gestimmt habe, Alexandra König, meine Stadtratskollegin, gesagt hat, das ist ja zu viel Geld, ich stimme dagegen. Aber dieser Beschluss niemals in die Stadtvertretung gekommen ist, sondern nur im Stadtrat beschlossen wurde. Und dann zwischen Stadtrat und Stadtvertretung bekannt wurde, dass weder der Verein das will und dass hier vier Bürgen sind. Diese Information hat es im Stadtrat nicht gegeben. Hätte ich im Stadtrat die Information gehabt, dass vier Bürgen für diesen Kredit haften, ja wieso soll die Stadt dann das zurücknehmen?